Der Nasdaq 100, der Tech-Index schlechthin, könnte man sagen, erreicht heute die Marke von 18.000 Punkten, getrieben mal wieder von, Sie werden es ahnen, der KI-Euphorie. Wie oft haben Sie heute schon KI gesagt? Je öfter Sie KI sagen, umso wertvoller werden Sie, meine Damen und Herren. Deswegen, wenn Sie gute Laune haben wollen, sagen Sie einfach 100 Mal KI, dann wäre jeder Investor bereit, direkt in Sie rein zu investieren. Also, das ist mal gleich ein Aphorismus zur Lebensweisheit, meine Damen und Herren. Es ist mal wieder Nvidia, aber auch ARM, dieser britische Chip-Konzern, der heute steil geht. Schauen wir uns mal ARM an. Da wird mal phasenweise gut 40% gestiegen, nachdem die Aktie ja schon 50% um und bei gestiegen ist nach Vorlage seiner Zahlen. Da hat man die Prognose um 15% angehoben. Das rechtfertigt natürlich diesen Kursanstieg. No Bubble, gar keine Frage. Das ist weit entfernt von einer Blase. Ein Unternehmen, das jetzt 100 Milliarden wert ist mit einem Umsatz von 2,6 Milliarden Dollar. Also, das ist mal so gut, dass oder um und bei das 40-fache des Jahresumsatzes, nicht des Gewinns, sondern des Umsatzes. Und so sehen wir Dinge, die so ein bisschen an die Dotcom-Blase erinnern. Nicht, dass da kein Geschäft gemacht wird von diesen KI-Firmen wie Nvidia und ARM. Nein, aber die Bewertungsfrage ist natürlich schon ein bisschen heftig. Hier sehen wir Nvidia ist jetzt die viertwertvollste Firma der Welt mit Apple oder nach Apple, Microsoft und Saudi Aramco. Jetzt hat man heute dann auch Amazon und Google respektive Alphabet überholt. Seit 1. Januar hat man mal eben 650 Milliarden an Marktkapitalisierung hinzugewonnen. 650 Milliarden, das ist mehr als der Tesla jetzt, der insgesamt wert ist, hat man nur in sechs Wochen dazu gewonnen. Kürzlich habe ich einen Artikel geschrieben, Nvidia hat das hinzugewonnen, was Tesla wert ist, in zwei Monaten, jetzt in sechs Wochen. Also die Zyklen werden immer schneller. Klar, das ist natürlich voll verdient. Hier sehen wir mal Nvidia, wie man leicht überkauft ist, um es mal vorsichtig zu sagen. Nächste Woche, das wird wirklich zentral. Da muss Nvidia irgendwie liefern. Und wie ich sie kenne, werden sie irgendwas aus dem Hut zaubern mit Zahlen. Denn da sind diese Herrschaften besonders kreativ. Aber auch Amazon, die heute überholt wurde, ist, naja, am oberen Trendkanal angekommen, ist jetzt nicht gerade überverkauft, könnte man sagen. Alles bis am Anschlag. Es kann nur nach oben gehen. Das gilt aber nicht für die meisten Aktien. Wir haben zuletzt gesehen, auch wenn das Bild heute ein bisschen differenzierter ist, dass die Zahl der Aktien, die über den 50-Tages-Durchschnitt handeln, im S&P 500 immer weiter gefallen ist. Um und bei 60 Prozent war das, während der Index weiter nach oben stürmt, ist die Zahl der Aktien, die über diesen wichtigen gleitenden Durchschnitt handeln, weiter gefallen. Und normalerweise sehen wir ein solches Verhalten auf dem Tiefpunkt von Krisen, könnte man sagen. Gucken Sie mal hier, Financial Crisis 2008, 2009, Dotcom-Blase, Platzen 2001, um und bei, dann Corona-Krise, jetzt diese Situation. Also wir sind auf absoluten Allzeithochs und dennoch sehen wir solche Phänomene. Seltsam, was da passiert, kann man wohl nicht anders sagen. Heute sehen wir, dass Nvidia und Meta grün sind von den großen Tech-Aktien. Eigentlich nur Tesla im Minus, Amazon, Microsoft und Apple auch im Minus. Nicht viel, aber halt nicht positiv, aber Nvidia reißt das vor allem. Und wir sehen dann heute auch mal zur Abwechslung, dass die Small Caps gekauft werden. Hier zwei Prozent geht es nach oben. Diese 2000er-Marke bei den Nebenwerten war wichtig, die ist überwunden worden. Und jetzt denken viele, ja, dann machen wir mal eine Umschichtung, rotieren wir mal rein in jene Werte, die zu 40 Prozent Geld verlieren. Alle Aktien oder die Aktien, die im Russell 2000 gelistet sind, davon verlieren 40 Prozent Geld, verdienen also kein Geld. Gleichzeitig sind diese Firmen überproportional hoch verschuldet. Aber gut, in rauer See steigt manchmal auch der Dreck nach oben, heißt es hier in Norddeutschland. Und natürlich sind vor allem die großen Indizes wie der Nasdaq 100 oder auch der S&P 500 getrieben vom passiven Investieren. Wer also ein ETF auf den S&P kauft, ein ETF auf den Nasdaq 100 kauft, der kauft eben automatisch diese Schwergewichte, weil die in diesen Indizes besonders stark repräsentiert sind, Aktienmärkte im Rausch, enorme Zuflüsse durch ETFs zum Jahresstart. Wir haben hier die Daten aus dem Januar bekommen. Und so sehen wir eine der längsten Strecken seit Jahren, dass der S&P 500 nicht zwei Prozent verloren hat. Über fast 250 Tage ist das jetzt. Wir hatten ja, ich hatte das mehrfach thematisiert, jetzt von den letzten 15 Wochen, 14 waren positiv. Und das alles in einem Umfeld, wo eigentlich die Umsätze der US-Firmen eher enttäuschen. Die sind nicht wirklich gut. Was gut ist, ist der Gewinn pro Aktie. Erstens durch Financial Engineering, Aktienrückkäufe und solche Späße. Und zweitens, indem man total auf die Kostenbremse drückt. Also es ist nicht so, dass die Unternehmen per se so stark wachsen, sondern es ist vor allem, dass man versucht effizienter zu werden. Hier sehen wir mal Operational Efficiency in den sogenannten Earnings Calls. Also was die Unternehmen sagen, wenn sie mit Analysten sprechen, es wird immer wichtiger anscheinend hier, sich schlank zu machen. Dann haben wir morgen natürlich die Inflationsdaten. Das wird wichtig. Viele Ökonomen sagen, Mensch, Inflation ist doch zurückgekommen. Ihr könntet doch langsam mal die Zinsen senken. Aber wie soll die FED die Zinsen senken, wenn diese Euphorie herrscht? Diese Euphorie, die ja per se schon Nachfrage erzeugt. Dann würde noch mehr Nachfrage erzeugt werden, wenn man die Zinsen senkt. Aber die Bank of America sagt, ja, der S&P 500 wird auch steigen, wenn die FED überhaupt nicht die Zinsen senkt. Also wir sehen ein neues Narrativ kommt hier auf. Bowman hat sich heute geäußert von der FED. Und sie sagt, die Risiken bleiben beim Kampf gegen die Inflation. Es sei zu früh zu sagen, wann man mit den Zinssenkungen beginne. Aber es sei nicht so, dass man in der Immediate Future das machen werde mit den Zinssenkungen. Also nicht in der unmittelbaren Zukunft. Praktisch eine Absage auch hier wieder an eine Senkung der Zinsen im März. Wir sehen, apropos Inflation nochmal, dass die Mieten wieder steigen in den USA. Auch das ist sozusagen eine Folge der Lockerung der Financial Conditions. Hier sehen wir mal Redfin. Das erste Mal jetzt oder ist im Januar sind die Mieten gestiegen. Laut Redfin, die offizielle Statistik zu den Inflationsdaten vom Bureau of Labor Statistics, ist manchmal verzögert. Bis zu neun Monate verzögert. Da weiß man also nicht, welche Daten dann wirklich rangezogen werden morgen bei der Inflationsberechnung. Aber wahrscheinlich, egal wie die Daten ausfallen, die FED dürfte erstmal im März nicht senken. Und Jamie Dimon, der sagt, die am meisten vorhersagbare Krise ist die des amerikanischen Haushalts oder die der amerikanischen Schuldenlawine. Ich glaube, da hat der Mann einen guten Punkt. Global gesehen übrigens stehen die Schulden jetzt bei 307 Billionen Dollar. Das entspricht 336 Prozent des globalen BIPs. Also im Grunde müssen die verschiedenen Länder gut ein Drittel Jahr arbeiten, nur arbeiten, um diese Schulden zurückzuzahlen. Das ist eine interessante Grafik, wie ich finde, oder eine interessante Tatsache. Hier sehen wir mal das, was in dieser Woche auf uns zukommen wird. Heute ja eigentlich total lau, keine Daten wirklich. Wir haben morgen die Inflation, wir haben am Donnerstag die Einzellandesumsätze und dann noch New York Fed, Philadelphia Fed Manufacturing Indizes, noch ein paar Fed Speaker und vor allem dann am Freitag nochmal die Erzeugerpreise. Also da wird schon etwas geboten in dieser Woche, auch wenn die Berichtssaison in den USA jetzt weitgehend vorbei ist. Kommen wir nochmal zur Geostrategie, meine Damen und Herren. Sie haben mitbekommen, die Israelis haben Rafah bombardiert, da wohl auch hier Zivilisten getötet, die sich da ins Seltenlager geflohen hatten. Jetzt hat Ägypten Cruise Missiles an die Grenze zu Gaza gebracht. Also das scheint jetzt ein bisschen heißer zu werden, diese ganze Geschichte. Die Saudis haben gedroht, alle Annäherungen zu Israel abzubrechen, wenn man hier Rafah bombardiert. Genau das ist geschehen. Mal sehen, was da passieren wird. In Europa passiert Folgendes. Da gibt es eine Spaltung, ganz klar, immer klarer, zwischen Nord- und Südländern. Frankreich jetzt zu den Südländern dazugehören. Und wenn man mal die Äußerungen von Villarroa etwa sich anschaut, heute der neue EZB-Direktor Cipollone, Italiener, der gesagt hat, wir sollten jetzt eigentlich mal die Zinsen senken. Es gibt keine Notwendigkeit, eine weitere wirtschaftliche Flaute zu produzieren, um die Inflation in Schach zu halten. Ähnlich hat es Panetta gesagt, sein italienischer Kollege. Auch die Spanier wie Decos sind eher für Zinsdenkungen. Decos hat heute gesagt, naja, entscheidend werden die Projections, die Projektionen der EZB. Die EZB gibt ja viermal Projektionen über Wirtschaftsentwicklung, Inflationsentwicklung. Und davon würde es abhängen, so Decos, der Spanier. Und was mit den Zinsen passiert? Lagarde hat ganz anderes gesagt. Die hat nämlich gesagt, naja, wir werden abwarten, wie die Lohndaten ausschauen werden. Also wie stark die Löhne steigen. Die liegen allerdings erst zur Juni-Sitzung vor der EZB, also nicht im April. Das heißt, die EZB könnte, wenn man nach Lagarde geht, auch im April die Zinsen nicht senken. Also es ist eine Kakophonie, eine Unterschiedlichkeit der Kommunikation, die die Märkte natürlich verunsichert, verwirrt. Und eins scheint klar, das hat heute der Chef der französischen Total Energie gesagt. Ich habe gesagt, hier ein Konzern, der nicht nur fossil unterwegs ist, sondern auch bei Erneuerbaren unterwegs ist. Und der klar gemacht hat, wir denken, dass die Staaten diese Transformation, diese Energie Transition falsch handhaben. Ein System, wo mehr Erneuerbare dabei sind, ist less efficient, ist weniger effektiv. Das stimmt. Es hilft nichts, wenn du 5000 Windräder baust. Wenn kein Wind weht, hilft es dir nicht. Wenn der Wind weht, hast du zu viel Strom, den du produzierst. Also das ist schon eine bedenkenswerte Aussage zumindest. Ich denke, man sollte einen Mix machen. Man sollte natürlich die Erneuerbaren ausbauen, aber eben auch gucken, dass man nicht komplett absäuft. So wie etwa Miele, die unter anderem deswegen gehen, weil eben die Energiekosten zu hoch sind. Weil man eben sagt, ja, wir haben hier zu teure Arbeitskosten. Jetzt geht man nach Polen. Auch wenn die ganz schmutzig Kohlestrom produzieren mit einer miserablen CO2-Bilanz. Es gibt Hoffnung wenigstens, dass der Sonnenstrom auch nachts gewonnen werden kann durch eine Spiegeltechnologie. Also, dass eben Solarenergie gewonnen werden kann, nicht nur wenn die Sonne scheint. Das wäre natürlich ein wirklicher Durchbruch, wenn es denn gelänge. Aber bisher gelingt es nicht. Also klagt zum Beispiel Stihl, diese Motorsägenfirma, die Sie bestimmt kennen, erhebliche Energiekosten. Dann Forderung nach einer 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Die Leute leben irgendwie noch in diesem Wohlstandsparadies und sehen nicht, dass die Dinge schwieriger werden. Da gönnt sich unser Kanzler mal 800 Millionen Euro. Ein neues Kanzleramt, das siebenmal größer ist als das Weiße Haus. Wir Deutschen müssen ja zeigen, dass wir siebenmal größer sind als die Amis. Gleichzeitig sinken ansonsten Immobilienpreise, vor allem im Gewerbeimmobilienbereich. Wir haben jetzt einen Rückgang von 12 Prozent allein in einem Jahr. Das ist in dieser Asset-Klasse wirklich sehr, sehr viel. Da geht es richtig stark nach unten. Aber gleichzeitig, um nochmal zu dieser Geschichte zu kommen, naja, wir wollen die 32-Stunden-Woche. Hier sehen wir mal die Aussichten, die Revisionen für das Wachstum zwischen den USA, Europa und China. China natürlich hat auch seine Themen, aber wir natürlich auch. Hier geht es tendenziell weiter bergab. Aber wir wollen natürlich vollem Lohnausgleich und immer weniger arbeiten. Das wird nicht funktionieren, wenn wir unseren Wohlstand halten wollen. Wenn wir unser Sozialsystem sichern wollen, das ist das große Problem. Und der DAX gleichwohl bei 17.000 jetzt an dieser Trendlinie angekommen. Und das, obwohl die deutsche Industrieproduktion auf ein Niveau zurückgefallen ist, das es zuletzt im Jahr 2006 gegeben hat. Und dann stellt sich die Frage natürlich, wie geht es weiter mit der Wirtschaft, vor allem mit den Energiekosten. Kann die EZB schon bald die Zinsen senken, ja oder nein? Hier mal diese Kakophonie der EZBler, die ich hier versucht habe auf den Punkt zu bringen. Erste Artikelempfehlung und die zweite Artikelempfehlung ist das, was bei diesen Gewerbeimmobilien passiert. In den USA vor allem, aber die Deutschen stecken mit drin. A, weil hier auch die Gewerbeimmobilienpreise fallen. Und weil man natürlich in den USA dick investiert hat, wie schon damals in der Finanzkrise. Stupid Money ist überall da, wo es Geld zu verlieren gibt. Also diese beiden Empfehlungen, ich empfehle mich jetzt auch und sage Servus, Ciao.